Oh, das königliche Klo. Und ein Katzenklo haben wir auch noch. Da ist was drin. Handschuh, komm. Ne, nicht vereinigen. Quatsch. Erstmal untersuchen wir den Handschuh. Ist egal. Komm, ausrüsten. Dann machen wir das hier sauber. Komm, dann waschen wir das hier. Oh, Blödsinn. So, da. Schade. Kann man vielleicht vereinigen? So, dann nehmen wir das königliche Klo hier. Komm. Dann mach die Tür zu. Geht natürlich nicht. Much like Humanities attempts to ease global warming, I fear that would be futile. Okay. So, was haben wir hier hinten noch? Also, wir haben hier ein Katzenklo. Aber guck mal, wie oft der abspeichert, ja? Das finde ich schon krass. So, wir haben Handschuhe. Da ist nix weiter. Raus mit uns. Da, 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 da. Achso, wir haben ja... Wartet mal. Hat man es schon probiert? Das ist klar. Das wird auch nicht funktionieren. Da war aber ein anderer, äh, Spruch, habt ihr gesehen? Gegenüber der Übersetzung, die unten stand. Unten stand drin, dass, äh, der Flughafen in Berlin fertig ist, 2011. Und hier ging es halt um BBC... Ich dachte gerade eben, das wäre ein Hotspot. Hier ist aber nix. Okay, dann gehen wir nochmal in die Küche. So. Haben wir hier irgendwas? Haben wir allgemein irgendwas? Ein Hotspot-System haben wir nicht. Ah, warte mal. Vielleicht können wir... Vielleicht können wir trotzdem hier rein. Moment. Mist. Da oben ist nix... Hier ist der Strom aus. Können wir das nochmal benutzen? Ich habe gesagt, ausrüsten. So. Best not. It's filled to capacity. Okay. Hmm. Was tun? Ah, einen Moment. Schade. Schade, schade. Batterie. Ach so, vielleicht sollte ich die mal erst angucken. Die Packaging claimt, sie sind die idealen Größe für einen Host von Handheld-Konsumer-Elektronikern. Und wie wir alle wissen, Packaging ist selten lieb. Ist klar. Halt, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, db. So, probieren wir es nochmal. Schade. Schade. Müssen wir irgendwas noch machen. Aber für die meisten Elektro-Geräte. Müssen wir jetzt doch nach unten vielleicht? Ei, 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 ei. Ich guck mal hier nochmal drauf. Wie geht's ne Stufe runter? Nothing of note, okay. In the likely event of an emergency, first panic that embrace the situation is an opportunity to exhibit your flair for literal thinking. Once that fails, just try combining anything you've picked up with random stuff in the environment that typically works sometimes. Ach, schön. So, nochmal aufmachen da. Ja, ja. Ich überlege gerade. Oh, dann müssen wir die Schwerkraft. Warte mal. Guck mal, HL3. Nun, komm, hier, aus. Ah, schade. Schade. Da, es war auf alle Fälle, ähm, äh, äh, für, für den, äh, HWAC, äh, was hieß das HWAC? Ja, HWAC-Anzug hier für Half-Life 3. Die Konsole. Ja, ähm, wir machen mal die Klapptisch wieder auf. Best stöde this for now. Äh, auf. Okay. Have you found something to replace the controls you broke yet? Nee. Ähm, komm, hat sie immer mit mir. Sub-Lieftinant Jones. Aye, boyo. Best stöde. Do you like me to go find you a towel to dry off? No rush, boyo. I'm enjoying this warm, moist sensation. Reminds me of simpler times huddled in my mother's womb. Gosh, I can hardly remember what I was doing five minutes ago, let alone during my embryonic youth. Well, it was a lot longer ago for you, boyo. Hey, I'm still down with kids. Chillax homes. Me and my crew keeping it radical, man. OMG, feel totes orky for you. Surely it would take more than a splash of Earl Grey to halt this ship. The zenith of British aeronautical engineering. You could always give the control column a quick alternating input along the x-axis, just to ascertain if it is indeed no longer functional. You mean jiggle the joystick left and right? Isn't that what I said? Your sister is studying in Swansea. Been down recently? Not to visit her. A few of us went camping around the Gower, though. Slowly the further out to the city you go. Yes. The further the better. So. Don't mind me. Das bringt uns nicht weiter. Wo ist eigentlich der Joystick? War der nicht hier vorher? Das bringt uns nicht weiter. Was machen wir denn hier an der Stelle jetzt? Hey, 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 hey. Komm, Shatter-Käse geht immer. Okay. Aha. Gut zu wissen. Komm, wir geben ihm noch eine Tasse. Oh, okay. Ähm, den Handschuh können wir ihm geben, genau. Genau. Das soort of stuff isn't tolerated in the work place. Ho, 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 ho. He's excitable enough as it is. He doesn't need any extra energy. Okay. Ähm, 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 ähm. Was tun wir? Ich habe gerade keine Ahnung. Davon eine ganze Menge. Wie gehen wir nochmal ins Schlafzimmer? Muss ja eine Bewandtnis haben, dass wir da jetzt reinkommen. Den Handschuh konnten wir nicht. Hier können wir bloß laufen. Ich überlege gerade, wofür man die Sachen gebrauchen könnte. Aua. Hier ist auch nichts weiter. Ah, Doppelklick geht auch. Da können wir nicht irgendwas runterspülen. Äh, ja, den Plan. Ah, die Batterie. Hm. Um, hä? Katze. Wahrscheinlich, wenn ich die falsche Maustasse drücke. Ha! Ist doch das Katzenklo. Oh. The only inanimate object I tend to chat to is Sub-Lypt. Ho, 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 ho. Um. Kann man es kiezer da? I think it would be best if I did something else with this. Ja, ja. Kann man ihm noch ein bisschen tea. It's not the worst idea I've ever heard. I remember when they talked about keeping BBC3. I don't think they'd get along. Hier ist doch irgendwas mit dem Ding, oder? I fear we may need to curtail this imaginative thinking. I'm sure there's another more rational use for this. Ha. Das hier abmachen. I wouldn't know what to say. It specifically says no rustling. Ha? Hm. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Wo könnte ich denn jetzt noch was machen? Ha, 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 ha. Ha. Was können wir denn noch machen? Hier unten geht es auch noch. Oh. Ach. Ach, das habe ich noch gar nicht ver... Wah. Okay. Gar nicht verfolgenommen. Ah, ha, 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 ha. So, und jetzt? Cool. Aber hier unten war was gewesen. Ah, guck mal. Ne Xbox. Of course, it lacks the precision of a mouse and keyboard. Genau, genau. Maus und keyboard. So. Wir müssen doch ein bisschen notfallmäßig gucken. Ähm, hatten wir das hier schon? Guck mal, Kalker. Ist mir das vorher nicht aufgefallen? Guck mal, Kai Klammer. Why the humble paperclip? A staple of any adventure gamers' inventory. Hände bei Gamer. Vor allem, das sah aus wie Kai Klammer. Für, für Lösungshilfe. Aha, okay. Gut zu wissen. Aber wir haben, glaube ich, einen Controller. Wartet mal. Kommen wir jetzt weiter? So, komm. Hier drüben hin. Da, 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 da. Yeah. So, und wir setzen uns mal hier hin. Und wir nehmen, den gucken wir uns mal an hier. Of course, it lacks the precision of a mouse and keyboard. Xox. Microduke. Guck mal, da sind extra noch zwei Tassen. Ist ja schön. Ah. Na komm, das ist jetzt zu billig, das Rätsel hier, oder? Äh, wartet. Wir machen mal vereinigen mit dem hier. Jetzt aber. Okay, jetzt sind die Batterien drin, oder? Äh, ausrüsten. Und du... Hier, plug this in. See if it works. No joy, boyo. What? Isn't it supposed to be plug and play? No, boyo. You'll have to install the drivers first. Can't you just download them in here? The Wi-Fi can't reach this part of the ship. Oh, shit. Try getting online in one of the other rooms. See if you can download the drivers onto something and bring it here. I suppose you'll just be sitting here in the meantime. That's how the genre works, but... If it ain't broke, don't fix it. And if it is broke, it's probably a tedious puzzle to fix it. Okay, wir müssen zum Computer, wie es scheint. So. Hier ist nix. Okay, ich muss auf diese kleinen weißen Punkte aufpassen, damit wir auch, ja, nichts übersehen. So. Das heißt, hier einmal angeklickt und dann wird nämlich die Kamera dann an der Stelle bewegt. Das ist gut so. Schauen wir mal weiter. Hier gerade kurz rein. Und dann, äh... Dahin. Ah, Moment mal. Wartet mal. Könnten wir vielleicht jetzt... Ja. Ja. Guckt aber eine Floppy. Das ist eine Floppy. Wow. Krass. Schauen wir uns mal an. Boah, das waren noch Zeiten. Oh. War das jetzt entsperrt? Ich glaube, das ist entsperrt, ne? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Loch drin war... Entsch... Ne, Loch drin war gesperrt. Oh, mein Gott. Ich habe so Ewigkeit nicht benutzt. Mann, wie war denn das? Ähm. Oh, wir können den Computer jetzt gar nicht mehr benutzen. Doch, jetzt. Ich wollte schon sagen. Jetzt, um diesen Motorrad zu downloaden. Ich muss nur mit dem Internet zu verbinden. Nein, der wählt sich gerade ein. Yeah. Da oben ist immer noch 7-1-Mächste. Bingo! Found it! Now I just need to save it onto something, so I can install it in the cockpit. Ja, ich habe hier... Alter, ich habe hier die Diskette. Komm. Ne, nicht da rein. Da drüben. Da drüben. Oh, jetzt ist es in Ordnung. Äh, Quatsch. I'm afraid I have nothing else. Ja, ja, ja. Ich habe mich verklickt. Fantastic. Now to quickly copy this driver. Äh, der Bildschirm schon ist wieder aktiv. Jetzt, ja. Super. Ja, der ist... Ja. Er ist gleich schon... Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Der ist schon trocken. Können wir mit, das Ding? Ich krieg ja schief, weil man kann nie zu vorsichtig sein. Ich wollte das Ding einfach mit Sicherheitshalber zumachen. Herrlich, diese Anschlülung ist einfach herrlich. Und durch hier. Und durch hier.